Hallo, im heutigen Video möchte ich euch die Primzahlen erklären und wie man sie zu verstehen hat. Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Um nun zu verstehen, ob es eine Primzahl oder nicht ist, hier einige Beispiele. Diese muss man lediglich mit dem Satz nur durch 1 und sich selbst teilbar benutzen. Denn Zahlen wie 17 sind natürlich durch 1 und sich selbst teilbar, jedoch durch keine anderen Zahlen, sodass glatte Summen rauskommen, wie beispielsweise bei der 24. Rechne ich die 24 durch 2, so komme ich auf 12. Rechne ich sie durch 12, so komme ich auf 2. Also auf glatte Zahlen ohne Nachkommastellen. Die 17 jedoch ist durch 1 und sich selbst teilbar, jedoch durch keine andere Zahl, sodass eine glatte rauskommt. Genauso ist es bei der 3. Sie ist durch 1 und sich selbst teilbar, jedoch durch keine weitere. Genau das gleiche verhält sich bei der 47. Die 15 jedoch ist keine Primzahl, denn wenn ich sie durch 3 teile, kommt 5 als Ergebnis raus. Eine glatte Zahl. Deswegen ist es keine Primzahl. Ich könnte natürlich auch die 15 durch 5 rechnen und komme dann auf 3. Ebenfalls eine glatte Zahl, die beweist, dass die 15 keine Primzahl ist. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und ihr habt jetzt die Primzahlen verstanden. Auf Wiedersehen.